Für mich zählt das Wort, ein Handschlag, glasklare Entscheidungen und Werte wie Liebe, Respekt, Anerkennung und Freundschaft. Jeder erhält das, was er gibt. Die meisten Menschen denken an das, was sie nicht haben wollen. Wenn sie ihren Fokus darauf richten, was sie haben wollen, dann werden sie auch ihre Ziele erreichen. Wenn dein Ziel klar ist, ergibt sich der Weg dorthin von selbst. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich finanziell abzusichern. Gold in kleinen Stückelungen schafft das, was ein Papier nie schaffen kann. Es ist unvergänglich. Gold gibt es seit 5000 Jahren und ist seit 2800 Jahren die Weltwährung. Geld ist wichtig, aber für erfolgreiche Menschen zählen andere Werte. Der Mensch steht im Vordergrund geben und nehmen. Es bewegt mich jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die mit Karatbars ihr Leben verändert haben. Hier in Stuttgart habe ich meine Wurzeln und ich fühle mich mitverantwortlich, dieses Land weiterzuentwickeln. Ich lege Wert auf Qualität, Kontinuität und eine funktionierende Infrastruktur. Wir haben uns sehr lange mit dem Thema Versand beschäftigt und haben zusammen mit FedEx ein extrem sicheres System entwickelt. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, dann kommt der Erfolg von ganz allein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017